Gute Morgen, Sonne scheint. Ich streame jetzt erst, dann werden wir den ganzen Tag in der Sonne verbringen. Aber erstmal streame ich. Guck mal, super Streaming-Equipment. Ich streame ich schon online. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ah ja, bis gleich. So, wir haben gerade gestreamt. Wetter ist Bonbonne. Wir machen heute Marbella Strand, dann machen wir wieder hierher duschen, dann machen wir Malaga City am Abend. Aber erstmal Marbella Strand und frühstücken. Die Jungs haben, während ich gestreamt habe, einfach Essen schon vorbereitet. Ich zeig's euch. So, Marbella calling. Marbella Strand, aber noch kein Strandclub. Das wartet noch auf Emre. Einen Tag wird er sich auf jeden Fall gönnen. Boah, freshes Outfit. So, Outfit check. Das geht. Boah, diese pinken Farben und so. Guck mal, die Schlappen, auch pink. Emrezy? Nein. Einem aus Plastik? Wir sehen uns dann dort. Ich muss heute einfach noch einen Lauf machen. Let's get down, let's get down to business. Let's get down to business. Let's get down to business. In one night, more and a little gallery. Possible to park here? No problem. Yeah? Thank you, man. Thank you. Wir sind angekommen. Wunderschön. Felix ist da. Seht ihr die? Irgendwie sind hier nicht so viele Leute, aber es ist schön, weil es halt jetzt ein bisschen entspannter und wir sind ein bisschen für uns. Das Wasser ist hier voll blau irgendwie. Also mega. Jetzt muss ich laufen gehen. Wir haben heute den Laufplan bekommen. 45 Minuten laufen bei der prallen Hitze. Ich habe mich eingecremt. Ich bin überall rot gewesen. Keine Ahnung, wieso, obwohl ich mich eingecremt habe. Jetzt habe ich mich richtig eingecremt. Wenn ich wieder rot werde, dann ist es mir auch egal. Ich habe nicht gelaufen. Wir sehen uns. Bis gleich. Bis zu, bis zu, bis zu. Heute nur Dauerlauf ist gut. Intervalllauf wäre ein bisschen ätzend gewesen. Ach ja. Vorbereitung. Wir spielen einfach gegen Ludo Goretz Ratsgrad. Champions League ist. Oh süß. International. Wie Fabio. Oh süß. Der Lauf ist fertig. 45 Minuten Dauerlauf. Die nächsten Tage kommen dann noch so Intervallläufe. Das wird ganz eklig. Aber hat Spaß gemacht. Ist halt was anderes als in München zu laufen. Überall blaues Meer. Strand. Coole Restaurants. Ich gehe jetzt ins Meer. Abkühlen. Und dann lege ich mich so hin und ich hoffe einfach, ich werde nicht rot. Ich bin jetzt schon ein bisschen rot hier so. Ich penne einfach dann jetzt am Strand. Da. Schlafen sie alle drei. Alle drei schlafen sie. Aber haben sie sich auch verdient. Der eine Bundesliga-Profi hat Pause. Der andere hat richtig viel gearbeitet, damit er jetzt in Urlaub kann. Der andere hat seinen Bachelor fertig. Shooter to my boys. Liebe geht raus. Aber Bruder, was ist Schaffi? Gute Nacht. Gute Morgen. Schau dir diese Lippen an. Der hat doch das vorher. Oh, Alter. Was? Nein, 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 nein. Oh, Bruder. Bruder. Nein. Gerni. 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 Einfach mitten auf der Fußgängerzone. Piano. Du, bitte ich. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Schau auf den Wind, ey! Nippelblitze, alles! Das erste Mal Pareya. Mhhh, schmeckt gut! Schmeckt gut! Schmeckt gut! Den macht er stark! Den macht er krank! Nein! Wow, wow! So schlecht! Das ist der letzte Mal! Du gehst mit mir! Felix, einfach Sonnenband bekomm! Schau wie Sex in deine A$$$! Ich glaube, wir müssen kurz aufpassen! Okay, let's go! Individuum! 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 Nicht abends! Der Beinfahrer ist ne Null, ey! Der Beinfahrer ist ne Null! Morgen wird M-Breezy sein Tag, Jungs. Diese Augen, alle Himmelsrichtungen, werde ich schiefen. Hallo, wie geht es dir? Einmal haussetzen. Genau mal rein. Wir gehen schlafen. Bis morgen. Bis morgen, Guys. Bis morgen. Emre ist angetüdelt. Einfach Ladekabel vergessen im Auto. Wollt gerade pennen gehen, kann mein Handy jetzt nicht laden. Es gibt nichts Schlimmeres. Sag ich, wie es ist. Guna. Guten Morgen. Wir haben gestern noch Karten gespielt. Jetzt ist es wieder 8 Uhr oder so. The Grind, Never Stops. Ich fahr jetzt ins Fitness. Gregor ist schon im Fitness. Er ist auch so eine Maschine, der Typ. Er ist, glaube ich, um 7.30 Uhr oder so aufgestanden. Ins Fitness gelaufen. Ich fahr jetzt mit dem Auto nach, weil ich morgen wieder meinen Lauf hab. Und dann trainieren wir. Und dann gehe ich in den Pool hier, glaube ich, und mache den Stream an. Wettercheck. Ich kriege meine Augen einfach nicht auf. Die Sonne scheint auf jeden Fall. Gutes Wetter. Jetzt wird ein bisschen gearbeitet. Die ersten Stunden am Morgen. Dann fahren wir, glaube ich, nach Marbella oder so. Beach Club oder sowas. Na, wunderschön, oder? Die Sonnenstunden am Morgen tanken, Freunde. Echt, echt cooles Auto. Cabrio im Urlaub. Gamechanger. Vertraut mir. Gregor, falls du das hier siehst, Gregor. Gregor hat Wasser vergessen. Ist 100 Kilometer gelaufen. Und jetzt kommt die Erlösung. Wasser ist für dich da, Bruder. Ich komme. Ich beeile mich. Danke, Freunde. Gerne, Bruder. Hola, Breisplay. Hola. Einfach rot geworden. Zeig mal hinten. Einfach Sonnenbrand, Männer. Und das ist einfach ein Workout. Was ist denn das für Gewicht? Sonnenbrand ist aber gar nicht so da. Gute, ich. Eigentlich schon. Es brennt halt alles. Alles tut weh. Heu, der Arme sind da, aber nochmal den seitlichen. Ja, der ist da. Alles vom Zocken. Ja, guten Morgen. Breisi, ist noch im Bett. Wollen wir auf ihn drauf tanken? Oh, ich würde den schon noch können, weil Schlafrhythmus ist irgendwo. Was soll ich dir sagen? Was soll ich dir in der Morgen? Schau mal an, schau mal an. Schau mal an. Wow, wow. Okay, einfach kalt. Die anderen, Emre schläft. Mit Gregor war ich im Gym. Und Felix liest gerade, Protein-Shake für die Gains. Wir machen heute ein Workout. Seid ihr dabei? Das ist der Infinity Pool hier, ja. Soll ich mal da hinten hingehen an den Rand? Infinity Pool sind trojanische Pferde. Glaub mir. Was ist? Tschüss. Also es ist jetzt nicht so ohne jetzt hier. Würde ich jetzt behaupten. Einfach mal so. Hier. Hier geht erstmal Wasser runter. Und unten wäre noch ein Pool, wo man reinfallen könnte. Ja, also wenn es hart auf hart kommt, dann würde man auf jeden Fall hier noch runterfliegen. So viel Wasser war da nicht mehr. Äh, nein. Emre schläft, Freunde. Komm. Einfach frisch aufgewacht. Wir fangen jetzt an. Wir fangen an. Dann Liegestützen, dann Bauch-Workout. Dann Liegestützen, dann Bauch-Workout und dann wieder Liegestützen. Hola. Alter. Also jetzt hättest du noch nie was anderes gemacht. Ja, reicht. Reicht. Was war jetzt? Ja. Hm. Seitlich? Ach so. Bro, wir sind noch nicht vorbei. 15, ja? Ja. Okay, untere Bauchmuskeln. Dann die Schere, Bruder. Die Schere von Nompadou. Die Schere von Nompadou. Okay, let's go. Bro, was ist das? Ich brenne. Okay, erster Durchgang fertig. Wird er? Drei. Also Bauch nur zwei. Nein. Nein. Oh. Halt doch auf. Auerbacher, ich kann sowas nicht. Freunde, bitte. Ihr wisst es nicht. Ich habe auch vor sowas ein bisschen Angst, muss ich sagen. Was soll ich machen? Kerze, Bruder, was du immer machst. Kerze? Arschbombe, Bruder. Irgendwas. Arschbombe. Okay, let's go. Bodenlos. War gut, oder? War gut? Stark. Was machen wir als nächstes? Trapper. Ich habe in der Uni Schwimmexamen und ich schiebe es die ganze Zeit auf, weil ich es nicht kann. Ready, set, go. Bodenlos. Bitte mach du mal. Ich konnte sowas noch nie. Ein Schilling, gell? Du bist einfach gegen die Wand hergesprungen. Brauch mal irgendwas machen. Absolut ohne Sinn sowas. Ja, ja. Das tut schon weh, aber finde ich. Schau mal, schau mal, bitte. Das war der erste Salto nach fünf Jahren. Ich hatte so Angst gerade. So, der erste HotTube-Stream meines Lebens ist vorbei. Ne, war ein lustiger Stream. Die Leute, die es gesehen haben, wie Fabio kann auch Saltos. Ich bin über mich hinausgewachsen. Es geht jetzt weiter. Wir essen. Ich glaube, die Jungs haben sogar schon vorbereitet. Mal schauen, was kommt. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Also, wenn ihr mal reisen solltet, holt euch Leute wie Felix und Gregor und Hemre. Alles habe ich gemacht. Einfach schon alles vorbereitet. Wir essen jetzt und dann sehen wir uns. Aspetta. Okay. Wir fahren jetzt zum Beach Club in Marbella. Mal schauen, was es so wird. Ich habe M-Reesi's Shirt an. M-Reesi's Absturz heute. Heute ist M-Reesi's Absturz. Wir genießen einfach die Sonne. Sag mal MD, er darf auch Teil des Vlogs sein. Sieht man MD auf dem Vlog? Weiß ich nicht. Good luck, O21, Europameister hier. Hört es zuerst. Was willst du? Ich will einfach nur drunken sein. Bro, Alkohol ist nicht gut. Wenn ihr das hört, kein Alkohol. Ja, wir werden morgen gehen. Wir werden morgen gehen. Woran hat es gelesen? Woran hat es gelesen? Gelesen. Hallo? Alle Sonnenbrand und es war kein überdachter Platz. Genau, genau, genau. Es war kein überdachter Platz mehr. Und es gab eine Option noch mit Jacuzzi. Hätte über 1000 Euro gekostet. Eif die Fresse. Ich habe mich schon im Jacuzzi gesehen. Ich habe mich schon nackt im Jacuzzi gesehen. Champagne. Morgen dann, morgen, morgen. Ich habe mich schon nackt im Jacuzzi. Es ist jetzt 16 Uhr. 100 Stunden mit dem Steuerberater telefoniert. Ich lege mich jetzt hin. Es ist aber echt schön hier, muss ich sagen. Jetzt zeigt, was ihr drauf habt. Two-Touch-Lachs. Okay, two-Touch. So sauer. Stark. Stark. Einer hin, einer hin. Ja! Ja! Guck, hier ist da. Ja, nein, nein. Mhm, mhm, mhm. Links ist es, Brian. Boah! Stark. Nimm ihn, komm hier! Also hier ist irgendeine, die singt die ganze Zeit. So laut. Man konnte nicht schlafen, nichts. Michael Jackson alles hier. Ich zeig den Jungs mal, wie es jetzt geht, okay? Wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder später, danach, irgendwo. Ich sag euch ehrlich, gib mir ein Mikro und ich rock die Beaches. Zusammen mit Bay, Feature. Was süß! Don't let it, wanna say, what I want. Jetzt zurück ins Apartment. Guckt euch mal das an, wie schön. Mit Turm. Was süß! Ne, es sieht aber echt, echt schön aus. Wir sehen uns. Wir gehen jetzt dann duschen. Und dann gibt's wahrscheinlich wieder ein Outfit-Check. Und dann gehen wir abends irgendwo hin, was essen oder so. Ja. Ich gucke mal den Gurt. Wie ist das? Wie ist das? Für uns geht's jetzt nach Mias, ein kleines Dorf. Der lässige. Nein, 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 nein. Süß. Mmh, 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 creamy. Puh. La que tal, hermanos? Ja, ja, der ist locker. Mmh. Mmh. Ja, ja. Bruder, der ganz, ganz entspannt. Hola, Bres. Hola, Bres. Oldschool Nike. Mmh. Jogger. Und auch mal die Underrated Nike. Umruhe aber über Nike, ihr wisst Bescheid. Mia's calling. Hola, Germano. Hola, Bres. Vamos, que tal. Hombre, obrigado. So, wir sind jetzt in Mias. Wunderschön. Einfach komplett weißes Dorf. Blick aufs Meer, auf die Stadt. Wunderschön. Wir gehen jetzt hier essen. Mitten in Mulas. Bruder, einfach meine Wohnung. Nein. Was ist denn hier los? Wo waren alle anderen da hinten, gell? Halt dich. Cog Zero is the real one. Mach Kamera aus und gönne den Schluck. Niemals. Siehst du mich so in diesem Burger? Wie süß ist der, bitte? Sag mal. Das ist der Key to Success. Das ist der Key to Success, mein Freund. Einfach verstecken vor Emre. Er kommt, er kommt. Da schuppt sie hin. Er geht einfach. Du rufst einfach nicht. Er ruft mich einfach an. Bitte, bitte film. Nein. Wir gehen zurück. Es war mit Abstand. Und ich meine es komplett ernst. Das Leckerste, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Boah, jemals? Ja. Wir haben es einfach geliebt. Es war fantastisch. Bewertung? Ich musste zahlen, deswegen hat es nicht so gut. Emre hat es so gut geschmeckt, dass sogar Emre geteilt hat. Das ist so gar nicht geil. Nein, das war wirklich der Wahnsinn. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Wir sind im Apartment zurück. Wir gehen jetzt schlafen. Morgen ist Emre sein großer Tag. Morgen ist der wichtigste Tag. Beach Club. All black. Breastcoat. All black. All black. Aber du musst das El da hinten liegen lassen. Kannst du da aufhören. Warte, das El liegt im Tag. Nein. Das ist überträglich. Morgen ist Emre sein großer Tag. Und den wollen wir natürlich gemeinsam mit ihm genießen. Kunar. Kunar. Gute Nacht.